Wichtig ist, der Prophet hat uns gesagt, jeder von euch ist ein Hirte. Und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Jeder von euch ist Hirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Und die Herde ist unter der Autorität des Hirten. Der Hirte ist die Autorität der Herde. Und jeder von uns ist im gewissen Sinn, einerseits wir haben Autoritäten über uns, aber gleichzeitig sind wir im gewissen Sinn auch Autoritäten für eine Herde. Und die Gelehrten sagen, die kleinste Herde, für die wir verantwortlich sind, sind diese Körperteile. Und darum sollen wir diese Herde hüten.